Pum... Pum... Oh hey! Hört ihr mal der Armee von hässlichen Monstern? Ch linken! Wir sind mal wieder zurück bei My Singing Monsters! Alter, die hören sich so gut an! Ich hab einfach eine volle Band! Auf jeden Fall hab ich gesehen, dass es hier bei Aktivitäten so etwas wie Kampf gibt! Und ich möchte mir alles anschauen! Bist du bereit, zum Kolosseum zu reisen und zu lernen, wie man ein musikalischer Monster-Champion wird? Mein Freund, hörst du meine Insel nicht? Ich bin doch schon längst ein musikalischer Monster-Champion. Okay, das ist ein neuer Beat. Kampf. Okay, Quests. Ich bin sehr gespannt. Was erwartet uns hier? Wir wählen unseren Mammott aus. Dieses Menü zeigt dir alles, was du über Quests wissen musst. Die erste Stufe hat nur einen Gegner. Klick, um fortzufahren. Oh, wir kämpfen gegen einen Zehenspieler. Was soll der mit tun? Dein Zehnebutt stecken. Der hat doch keine Chance gegen mich. Bescheiden. Oh, die Arena sieht nice aus. Und wir haben Fähigkeiten. Heiserer Schrei. Attacke. 99 Schaden. Seine Fähigkeit heißt wirklich Dupu. Ich kann euch sagen, ich werde niemals die Gegner verlieren, dessen Fähigkeit Dupu heißt. Heiserer Schrei. Okay, wir haben nur eine Fähigkeit. Aber die macht echt viel Schaden. Ey, fass mich nicht an. Du duper Zehenspieler. Bam, 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 bam. Boom. Sieg. Stufen abgeschlossen. Eins von zwei. Okay, und das ist das Kolosseum anscheinend. Oh, Sababot hat so ein Champion-Gürtel. Er ist der Kling. Der Kling. Machen wir noch einen zweiten Kampf gegen einen Rockfuß. Ich glaube, das werden wir verlieren. Einen Rockfuß Level 7. Und wir sind gerade bei Level 4. Ja, das war's. Niederlage. Mist. Okay, wir gehen wieder zurück auf unsere Insel. Sammeln ein paar Coins ein. Und wir können auf jeden Fall das Glücksrad drehen. Ihr habt mir die Kommentare geschrieben, dass man das tun soll. Und was bekommen wir? Ich soll auch niemals Diamanten ausgeben. Oh, die Truhe sieht lecker aus. 6.000 Snacks? Alter, das ist heftig. Damit kann ich mein Mammott theoretisch aufleveln. Mal sehen, ob wir eine neue Kreatur züchten können. Wir gehen ins Zuchthaus und verbinden mal Blatt mit Hank. Züchten. Das dauert 5 Stunden, Alter. So lange kann ich nicht warten. Wir beschleunigen das. Und welche? Du hast gezüchtet T-Rock. Oh mein Gott. Der sieht nice aus. Ich bin gespannt. Das Ei ist fertig. Zeit. Komm. Raus hier. Boom. Boom. Schlüpft doch endlich. Oh, ich kenn den irgendwoher. Hört euch seinen Sound an. Platzieren. Der sieht interessant aus auf jeden Fall. Let's go. Komm rein. Du hast den sperrt. Ey. Ich mag den Sound. Der hört sich krass an. Wuhu. Okay. Können wir den T-Rock ein bisschen hochleveln? Ich denke, der wird auch ziemlich gut in der Kampfarena sein. Wir geben ihm ein bisschen Futter. Ich meine, wir haben jetzt so viel. Ich bring den mal auf Level 7. Ich denke, es ist sowieso schlau, von jeder Kreatur mindestens eine auf Level 7 zu haben. Äh. So. Den haben wir noch nicht. Der ist Level 2. Der ist auch Level 7. Und der hier. Ich weiß gar nicht, ob wir den Raum Level 7... Ah. Mist. Den bekommen wir nicht mehr auf Level 7. Das heißt, ich muss wieder... Ey, ich möchte nichts kaufen. Ich bin nicht reich. Entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Wo ist meine Bäckerei? Habe ich überhaupt eine Bäckerei? Da ist die Bäckerei. Oh, wir können die rein theoretisch verbessern. Das ist gut. Und jetzt backen wir eine Pizza für 75.000 Gold. Ich meine, wir haben so viel Gold. Wieso nicht? Hä, hä, hä. Wir sind reich. Hä, hä, hä. Kann ich das beschleunigen? Ich weiß. Ich soll eigentlich keine Diamanten ausgeben. Aber das macht es halt einfach schneller. Was soll ich euch sagen? Okay. Jetzt bringen wir den noch auf Level 7. Komm schon. Füttern, füttern. Der ist Level 7. Gehen in das Zuchthaus rein. Und ich möchte gucken, ob wir was Neues züchten können. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall den hier. Und ich verbinde ihn mit dem hier. Und wir züchten etwas. Eine neue Kreatur. Beschleunigen. Ist mir egal. Was habe ich gezüchtet? Ich will es wissen. Ich will es wissen. So ein Kack. Den brauche ich doch nicht. Kann ich den auch einfach verkaufen? Fühlt sich an wie Jack-Quälerei. Verkaufen. 4.200. Okay, ja. Hat sich nicht mal gelohnt. Aber wir sollen ja auch unterschiedliche Elemente miteinander verbinden. Und dieser Kosmos hat irgendwie alle Elemente. Wieso heißt mein Rockfuß süßer? Hä? Ich will es trotzdem nochmal probieren. Ich verbinde die beiden. Ich weiß, das ist eventuell dumm, weil sowieso nur ein Rockfuß rauskommt. Ja, Mist. Den verkaufen wir auch direkt für 215. Der ist ja nicht mal was wert. Mache ein Monster 100% froh. Wir sollen es denn froh machen? Wie geht das? Okay, wir brauchen neue Kreaturen. Wir können uns den Topfbauch holen. Der sieht nice aus. Ein Topfbauch. Sehr interessant. Beschleunigen wir den? So. Und mal sehen wir den aus. Komm raus. Aus deiner komischen Pflanze. Trau nicht. Ich möchte deinen Sound hören. Du hast entdeckt Topfbauch. Kategorie natürlich. Der sieht echt lustig aus mit seinem Bauchnamen da in der Mitte. Sieht halt aus wie ein Topfbauch. Ich möchte deinen Sound hören. Platzieren. Komm. Du kommst hier hin. Ist mir egal, wie duft die Insel gerade aussieht. Wie ist dein Sound? Mach was. Komm schon. Trau dich. Irgendwie bist du... Okay. Das ist ein nicer Sound. I like it. I like it. Mein Monster... Mein Monster singt einfach wie Chris Brown. So wild, Alter. Der andere hört sich an wie Tory Lanez. Mit so welchen Steam-Nachrichten muss ich rechnen, wenn ich in My Seagling Monsters drinne bin. Was? Und natürlich leveln wir den auch erstmal hoch. Ich meine, das gehört sich einfach so. Wir bringen ihn direkt auf Level 7. Level 7 ist so eine schöne Zahl. Uh, wir haben ihn sogar ein bisschen... ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich möchte sehen, ob wir den zum Züchten benutzen können. Wir benutzen den Trappy, der Pflanze ist, und verbinden ihn mit dem Rockfuß. Das hört sich an wie ein guter Plan. Ich hab gar nicht mehr... Was? Ich hab ein B-Busch freigeschaltet. Okay. Was ist ein B-Busch? Ein Bauchbusch? Zeig mal her. B... Oh mein Gott. Du siehst nice aus. Du gefällst mir. Du siehst aus wie ein Frosch mit einem Busch verknüpft. Uh. Hey. Hey. Ja. Yeah. Boah. Okay. Der gefällt mir. Wir können mit den Pflanzendingern sogar noch mehr züchten. Aber erst mal, ihr kennt den Drill. Füttern wir ihn mindestens auf Level 7 hoch. Alter, meine Insel hört sich ja richtig nice an. Yeah. Ich könnte dem stundenlang zuhören. Wir können Trappy noch mit Helen verbinden. Das haben wir noch nicht getan. Jetzt mit 6 Diamanten. Natürlich beschleunigt. Ich weiß, ich soll keine Diamanten ausgeben. Leute. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben und ich tue es trotzdem. Aber es geht halt so viel schneller. Wenn ich die ganze Zeit dazwischen warten müsste, würde die Folge hier 10 Stunden dauern. Okay. Das Ei ist fett. Was bist du? Ein haariger grüner Apfel. Komm raus. Ich will dich sehen. Pelzkorn. Alter, irgendwie bist du süß. So zwei riesige Füße hast du. Wenn du läufst, dann stinkt es. Dann stinkt es. Hey. Was möchtest du mit ihm machen? Das ist aber auch eine komische Frage. Oh mein Gott, ist der süß. Komm hier hin, mein kleiner Pelzkorn. Gib mir deinen Sound. Ich brauch den. Ah. Was haben wir noch nicht miteinander kombiniert? Ich glaube, den Trappy und den Kosmos können wir miteinander kombinieren. Das beschleunigen wir einfach mal. Was bekomme ich jetzt? Bitte. Ein Topfbauch. Was ist ein Topfbauch? Das ist... Oh Mann. Den haben wir doch schon. Den haben wir doch schon. Ich platziere ihn trotzdem einfach mal. Ist mir egal. So. Aktivitäten. Was steht denn hier? Oh, warte mal. Ich kann ja wieder in die Kampfarena gehen. Das habe ich vergessen, weil die meisten Champions von mir sind ja in Zwischenlevel 7. Ich... Schumbalala. Aber wieso ist hier nur ein einziger von mir? Wo sind die anderen? Ausbild... Aha. Okay. Ich kann dich ausbilden. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Okay. Ich beschleunige das. Jetzt bist du Level 5. Anscheinend muss ich die separat leveln. Aber ich denke nicht, dass Level 5 für den Gegner, den wir jetzt noch vor uns haben, reichen wird. Ich probiere es trotzdem gerne mal aus. Rockfuß. Level 7. Der ist Level 7. Der ist ein paar Level drüber. Oh. Schneeplären. Eine neue Fähigkeit. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Wuhu. Alter. Der hat ja gar keine Chance. Los. Bam, bam, bam. Jo, das war's. Das war ja zu einfach. Und wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Das ist nice. Alle Stufen abgeschlossen. Du hast gewonnen. Neue Intriffé im Briefkasten. Was bringt die mir? Du hast ein hübsches Kostüm für Babad gewonnen. Sie sehen nicht nur großartig aus. Einige Kostüme können ihren Monstern auch spezielle Züge auf dem Kolosseum verleihen. Zeig mal her, dass... Kürtel von Schmettern. Einkaufen. Ja. Alter, wie nice. Oh mein Gott. Wir können uns sogar noch sowas holen. Ho. Aber das dauert noch ein bisschen. Du hast jetzt auch... Also. Aber Leute. Ich denke mal, ich lasse die Folge hier erstmal stehen. Schreibt mir gerne weitere Tipps in die Kommentare. Ich will weiter. Beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Ich bin in the mood for a switch-up. Ich hit the function, hit the rosé, till I hiccup. Ich hit the stage and leave with money, that's a stick-up. Ich bin picture-perfect, so I told him I'm a flick-up. Ich bin in the mood for a change-up. Ich leave die Stadt und zurück mit meinem change-up. Ich bin in die Nähe, ich weiß nicht, wie sie play-up sind.